Jo Leute, willkommen zurück zu The Life is Strange. Wieder ein weiterer Part, ein Monatsspecial und wir haben ja letztes Mal pausiert, als wir bei Chloe zu Hause angekommen sind und ich halte wieder die Klappe und wir schauen uns die nächste Szene an. Na ja, was du für Musik hast, da bin ich mal gespannt. Steckerleiste, erstmal einschalten. Das ist schon schick. Also mit so Licht, finde ich das cool. Me und Daddy. Alter CDs, ich weiß schon gar nicht, wie viele CDs ich wohl noch habe. So machen wir mal hier dran. We had such a blast drawing these together. She's a killer. Warlust. Es ist super. Warlust. Max and Chloe. And Super Kitty. Geil. Das habe ich selbst noch nicht gesehen. Es ist auch für mich das erste Mal, dass ich das sehe. Okay. Ähm. Ja. Einen Moment. Wir machen es trotzdem. Auch wenn ich weiß, was passiert. Dude, you broke my glass snowdow. Thanks. Äh. Einmal suchen. Und es riecht wie dirty laundry. Gross. Wirk. Okay. Und. So waren wir da. In der überhaupt nicht versteckten Kiste. So. Hey, gimme that. Sorry. I wasn't trying to be nosy. Obviously, she was a good friend. Putting it mildly. Huh. Huh. Rachel hat mich also ersetzt. Klingt nach einem Vorwurf. Und ich habe es nie vergessen. Dann hättest du angerufen. Beides scheißwahlen. Ich würde was anderes sagen. Aber da ich nur die Wahl zwischen den beiden habe... Machen wir einen Vorwurf. Nein. I never forgot. Even if I was an asshole and didn't keep in touch. But you had Rachel. Rachel had my back. We were gonna kick the world's ass. You would laugh at how different we were. She wanted to be a star. She looks like a model. That was her plan. Our plan. Get the hell out of Bigfootville and into Los Angeles. Haha. Was ist passiert? Und deine Mutter? Ich verstehe warum. Hm. 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 What about your mom? What did Joyce think about all this? She couldn't wait to get rehitched. Step Dick is one reason I wanted to bail. I feel the love. Now when did Rachel actually disappear? Six months ago. She just left Arcadia. Without a word. Without me. That's the most. How do you know she disappeared? Maybe she wanted to start a totally new life. Unlike you she would have told me okay. Something happened to her. I believe you. I'm just trying to get all deductive. Before Rachel left. She said she met somebody who changed her life. Then poof. And you haven't heard anything from her since? Like everybody in my life. My dad. You. Rachel. Gone. Can you put on some music now? Hm. Naja. Ich kann sie irgendwo verstehen. Arme Chloe. Chloe. Das passt so gar nicht zu ihr. Anyway. You can find tools to fix your camera in the garage. Chloe. Are you okay? Sure. I'm awesome. I just want to blaze and be alone for a moment. Hm. Komisch. Ich dachte ich könnte von ihr ein Foto machen. Gehen wir mal aus. Okay. Moment. Es war hier irgendwo noch eine Side Story. Also so eine Mini Story. Irgendwo war ich in der Side Story die ich auf gar keinen Fall verpassen möchte. Oh. Ach so. Es war ein bisschen. Okay. bitte beipackt zettel ok toll hafärbe mittel da wäre ich nie drauf gekommen aber ist die story noch nicht ich weiß nicht ob die story jetzt schon ist oder erst später ach echt welche sind das kann man nicht angucken gehen wir mal runter kate danke nochmal für deine hilfe max kein problem der typ ist ein arschloch shit Okay Schaut mir mal die Glotze an. Etwas, was ich zum Beispiel nie mache. Das letzte Mal, dass mein Fernseher an war, das ist irgendwie acht Monate, neun Monate her. Also ich glaube, irgendwann Anfang des Jahres war das, wo ich das letzte Mal den Fernseher an hatte. Ich würde auch lieb, zu Paris zu gehen. In diesem Fall werden sie glücklich, zu Portland zu kommen. Doch, kannst du machen, und du kannst... Du kannst einfach die Beine in die Hand nehmen und gehen. Ich fühle mich, die Autumn aus dem Sommer raus. Wir haben das Graf für Chloe's Kitty gemacht. Hey, poor Bongo. You never saw that car coming. Oh. That took Chloe the whole day to go. It's almost invisible now. Ach, schade. Hm. Schick. So, ich meine, da ist in jedem Kapitel irgendwo ein Teil von versteckt. Ha. Ich höre ihn doch eher vor zwitschern. Sie sucht gerade den Vogel, der hier zwitschert. So, ich denke, hier. Like a Japanese garden in Oregon. Ha. Komisch. Kann ich gucken? Oh, nee, kann ich das hier gucken? Hm. Nee. Okay. Den Grill kann ich mal anbieten. Okay. Aber irgendwo war doch ein Vogel, das weiß ich noch. Entschuldige, dass ich jetzt so ewig hier suche. Hm. Blöd. Das ärgert mich echt. Ja. Das ist so gut. Was ist das? Das ist so gut. Was ist das? guter frage ach so okay dann schließen wir den mal wieder und benutzen wir den mal ist egal moment 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 war das nicht war es nicht der dritte weltkrieg er kommt der zweite weltkrieg ich glaube man das nur gut da fehlt einer ich hoffe chloe ist nicht bewaffnet ich weiß es nämlich nicht mehr ich meine ich hier sachen selbst wenn man sie weiß kann man nicht machen kann man sie nicht verhindern also man muss sie erst einmal gesehen haben ich habe gerade schon geguckt ob ich den karton schieben kann und nein es funktioniert strom sparen ich will trotzdem noch den vogel finden ich weiß der ist hier irgendwo wo ist denn noch mal muss ich denn irgendwie aufschrecken nee wusste ich nicht wo war der noch mal ja gar nicht ich weiß hier ist irgendwo ein vogel ich denke mal auszuster johu Kann ich hier von hier auch sein? Da ist ein Vorhang Ha, naja, passiert Öffnen Hier irgendwo was? War ich hier was? Einmal den aufmachen Hallo Vogel Ja Wie kriege ich den da oben jetzt wieder weg? Joyce looks happy Chloe's stepdad might not be a douchebag after all Hm Also das war die Side Story, ähm, die ich kannte Aber zumindest ein Teil davon Vor allem ist Sweet auch, äh, äh, genau gleichzusetzen mit Cool Zähle Ähm Arzt hin Huh. Keine Ahnung. Schließen? Nee. Öffnen. Kann ich jetzt irgendwas machen mit dem Vogel? Na gut. Okay. Dann öffnen wir das. Ich wollte den nicht sterben lassen. Foto? Keine Ahnung. Taka ist ja noch nicht vorbei. Die ist voll nett. Pfff. So? I can't fix this thing. Ich bin ein ehrlicher Mensch. Ähm. Ich war mir nicht sicher. Dann hätte sie irgendwas in Gedanken gesagt. Das hätten wir mitbekommen. Und wie gesagt, ich bin ein ehrlicher Mensch. Nicht überhaupt. Deine Haare und Klappen sind so unterschiedlich. Ich hoffe so. Ich bin sicher, dass das alles so wehrt zu dir, nachdem ich zurückgekommen bin. Wie gesagt, es war so ein bisschen ein Tag. Okay. So, du musst uns überhören, unsere Gespräche. Ein wenig. Ich hab die ganze gehört. Ein wenig. Es ist keine Ahnung, dass du nicht jede einzelne Vowel hörst. Okay. Okay. I only heard something about money. Drugs. But that's it. Now for the big question. Did you tell anybody? Absolut. Ora, I read them. Like who? Like anybody. Stop stalling sister. The principal. But he didn't seem to believe me. The principal? Are you still 12? That drunk jackass only cares about cash from Blackwell Academy. Don't trust him. I didn't mention you at all. Swear. Thank God. I'll tell you more someday. And I seriously owe you Max. This is a funny ass. I, uh, know it was your birthday last month. This was my real father's camera. I want you to have it. That's so cool you remembered my birthday. But I can't take this. Of course you can. My dad would be pissed if I never used it. And now I know it'll be used awesomely. And I'll snag this picture as a symbol of our reunion. Cool? Yes, of course it's cool. Thank you. This camera is so sweet. Now that we got that mushy shit out of the way. I feel like stage diving. Let's thrash this place. You're crazy. Yep, yep. I'm fucking insane in the brain. Let's dance. Shake that pony white ass. Or take my picture with your new camera. Yeah, let's do a photo. This is a funny, I'm a stranger. This is funny, I'm a stranger. This is funny, I'm a stranger. This is funny, I'm a stranger. Yes! Break it down, Max. I got some weird, I got some weird, I'm trying to catch... You're a stranger. Turn it off. How many times have I told you to stop blasting that fun shit? Dude, the music's not even on. Wait, asshole. I'm coming up, we need to talk. You need to talk. I'm just the way. You need to hide now. My stepdad will kill me if he finds you here. Äh, man kann nicht ganz viel machen, aber Aber die einzige Möglichkeit, sich zu verstecken, ist hier im Schrank Was ist denn? Was ist denn? Ähm, in dem Falle... Ich persönlich würd mich raushalten, aber wir greifen ein, einfach weil's in diesem Falle das Richtige ist und ich damit nicht mein Leben kaputt mache, sondern ihrs. Entschuldigung, das war mein Geheimnis. Na, na, na. Ich mag nicht anstrengen in meinem Haus, besonders Dopers. Also, du bringst Drogen in meinem Haus. Wie geht es, wenn ich die Polizei kenne? Das schreit auf dein Schmerz Blackwell-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall. Ich liebe dich, die Verletzungen zu schreiten. Frau, du möchtest, du möchtest dich aufzunehmen und starten Trouble. Wie diese Nacht. Du hast nichts Schmerz zu sagen, jetzt. Geh die Hölle von ihr, Mann! Stopt harassing meine Freunde! Du hast keine Freunde! Wie du wissen, du bist nicht ein realer Schmerz. Du bist ein Schmerz-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall. Die hat die Knarre wirklich. Ich bin Price. Chloe Price. Bang! Jesus, put that thing down! Chillax, sister. It's not even loaded. Yet. I thought you believed in gun control. Yes, I believe I should control the gun. It's the men who need to be checked. You trust Nathan or David? Hey, I'm also a man. We totally smacked his punk ass down, Max. He's no match for you and me now. That was an epic win. Anyway, let's sneak out the window. There is one cool place we can hang in this hick hole. Man, that did not go well for me. If I want to keep my Blackwell scholarship, I shouldn't lie for anything. You're giving me a look I haven't seen for a while. What's the problem? Why do you steal the gun from your stepdad? You know you're gonna get busted. Or somebody like Nathan will bust me with a cap. Screw that. I need to cover my own back. Your stepdad won't let you off the hook that easy. What the hell does he need another gun for? To mow down Bigfoot cheerleaders? This is all just so scary. Sorry. I know, Max. But I do feel safer having a 9mm in my pants. Sorry. Can you actually use it? After about a hundred online videos? Hell yeah. Just don't keep it in your pants, okay? Max, I'm not looking for trouble. I just want protection. If anybody in this country should have guns, it should be women. Okay. Leute. Mit diesen Worten. Ich verabschiede mich. Ihr seht mich gleich direkt wieder. Und ja. Ich sag mal. Bis gleich. Haut rein.